Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PES 19 Demo, wir spielen wieder zusammen mit Jan, hi! Hi! Wir spielen zusammen im Koop-Modus, heißt wir spielen beide in einem Team und unser Team heißt Argentinien, wir spielen gegen Frankreich und ich bin gespannt, ich bin ja noch nicht so gut in PES 19, muss mich da ja noch richtig dran gewöhnen und ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt hier im Koop schlagen, das kann ganz witzig werden ja, ich hab beim letzten Mal gesehen, dass der Sound ein bisschen leise war, der ist jetzt dieses Mal ein bisschen lauter, ich hoffe, dass er nicht zu laut ist checkt auf jeden Fall mal das Video vom letzten Mal rechts zu meinem i verlinkt und natürlich könnt ihr auch Jans Kanal abchecken, wir wissen noch nicht, ob bei ihm ein Video kommt, denn er weiß nicht, ob er aufnehmen soll aber ja, ihr könnt auf jeden Fall vorbeischauen, ein paar PES-Videos sind natürlich schon online, auch zusammen mit mir ein Video und ja, jetzt starten wir einfach mal rein und ich bin gespannt, vielleicht funktioniert es ja jetzt ein bisschen besser mit den Flanken, weil du dich ja anders freilaufen kannst oder ich eben vielleicht positionieren wir uns da besser und die Flanken kommen besser vielleicht können wir bessere Kombos spielen, vielleicht irgendwas, ich weiß es nicht wir probieren es einfach mal und ja, wer ein bisschen mein Fazit zu PES 19 sehen will, wie gesagt, auf jeden Fall das letzte Video abchecken da haben wir ganz viel über PES 19 geredet, wie wir es finden, bla 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 das machen wir in dem heutigen Video nicht so krass und ja, wollte ich nur mal gesagt haben jetzt starten wir rein, let's go Leute, ich habe hier gerade ein bisschen die Kamera angepasst, also ich stelle jetzt hier auf 0 und auf 6 und habe hier dieses dynamische Weitwinkel-Dings ja, ist auf jeden Fall ein bisschen anders, aber ich finde es cooler so und ich habe 1000 weiße Balken, Alter, du hast wieder Ultra-Paketverlust ich muss dir mal ein Bild schicken, wie das bei mir aussieht aber jetzt ist es weg ich habe es wieder ausgemacht so Leute, wir fangen einfach mal an, Jan hat schlechte Qualität, aber das kriegen wir trotzdem hin, das ist kein Problem das wird klasse, vertrauen mir ich weiß nicht, ihr könnt mal gerne einschreiben, wir spielen ja nicht gegen andere Leute doch, doch, wir spielen gegen andere Leute, das ist online, du hast Koop gemacht das ist nicht online, nein das ist online, Digga warum war ich da gerade eine halbe Stunde in der Pause und es juckt keinen da wird es sonst, online wird da so eine Zeit drunter gezählt das wurde hier ja nicht gemacht, also ich glaube nicht, dass es online ist aber ihr könnt es gerne mal reinschreiben, ich habe keine Ahnung ich weiß es auch nicht, ich habe nicht gesehen aber was für eine, konntest du eine Schwierigkeitsgrad einstellen? weiß ich nicht das sieht hier nicht nach Standard Fortgeschrittene aus das ist Top-Spieler alter, guter Pass ach lol, ok, ja, ja, das ist das ist, äh, ja ist das online? nein, ist nicht online hab ich doch die ganze Zeit gesagt, dass es nicht online ist sieht doch unten, da steht auch COM COM 3, COM 4 und COM 5 boah, Leute, ich bin Benutzer 2 oh, Alter, wow ups ich verstehe den Modus aber nicht gute Attacke und da haben wir unten so Balken ja, man wird ne, und so, also gewertet oder was? ja, man wird bewertet the fuck ist das? also ich habe den Modus noch nie gespielt, Leute das ist das erste Mal, dass wir den spielen und Tor nach Fehler du hast Minus bekommen weil du echt jetzt? weil das Tor nach einem Fehler passiert ist, ja das ist, also ihr müsst mir den Modus mal erklären falls ihr euch da auskennt, schreibt mal dann spielt 11 gegen 11 schreibt dann mal ja der mit den meisten Toren gewinnt haha, Alter, dein Mull, ey nein, ich verstehe das Prinzip trotzdem nicht kack sorry, ich habe weggedrückt und mir leidt ups er hat jetzt 3 Computer die gegen uns spielen ja, und die werden geratet bringt das aber was? das ist die Frage wenn du gut bist ob das eine Veränderung hat oder? nein, nein das fehlt nichts was ist das denn? geht einfach nur das ist so weil das auch ein besorgen Tor hat so raus mann, was mache ich gerade? das ist halt ein E-Sport Modus als ich auf dem E-Sport Event von Konami war haben die den auch gespielt Alter, wir sind E-Sportler ja, ja, klar also Leute, jetzt müssen wir so anstrengen ich habe hier schon 2 Fehler gebaut lasst uns mal hier ein Tor machen schön wieder weggedrückt ups oh, was? oh, wie knapp das war die Ecke kam voll gut und da sieht man schon die Beleuchtung wenn es Tag ist wenn es richtig schön hell ist auch mega, mega geil ultra realistisch meiner Meinung nach Leute finde ich echt geil was machst du denn? achso, ist schon vorbei Halbzeit ja, ist schon Halbzeit wir liegen 2-0 hinten was mache ich denn? was ist das? hier sieht man sogar Statistiken oh, der Dribbler, Alter hier und Pässe du so nichts ich aber schon Pässe du minus 118 wie kann man minus Pässe haben? sehr gut ja, danke ich habe nur Failpässe gespielt und dadurch sind auch Tore entstanden bin Profi wir spielen ja aber auch in Unterzahl muss man dazu sagen macht überhaupt keinen Unterschied weil das sind eh alles Bots ich verstehe den Sinn nicht das macht einen Unterschied das ist halt echt es macht nur Sinn wenn man 3 gegen 3 spielt und halt 6 echte Leute hat quasi echte Menschen in real life oha was hat das für ein Grundstück guck dir die Beleuchtung an finde ich mega jo also Frankreich zerstört uns hier gerade ihr könnt auch mal gerne reinsteigen ob wir den Modus nochmal bringen sollen oder eher nicht so also es wird auf jeden Fall noch ein Video geben wo wir wieder gegeneinander spielen alter das ist voll traurig aber die Beleuchtung sah auch hier gerade wieder mega aus ja also ich finde den Modus irgendwie komisch aber ja ihr könnt es gerne mal reinschreiben was ihr dazu sagt da ist nichts komisches an dem Modus man spielt halt zu zweit gegen die KI jetzt gerade ne ich finde den Modus komisch alter jetzt habe ich wieder bei so Balken ey ich bin so ein Profi ich dachte ich habe hier die schlechte Qualität hast du ja ja hab ich ja ich bin halt trotzdem Kacke Junge guck mal wie krass die anderen sind die haben voll viel Striche da und wir haben voll viel und das Spiel ist aus so ein Prank jo das war's 3-0 wir machen ein weiteres Spiel ja aber irgendwie weiß ich nicht folgt mir nicht so Leute zweites Spiel wir sind Barcelona spielen gegen Sao Paulo das ist so wahrscheinlich eher unser Level ähm ja ist ganz nice vielleicht kriegen wir es diesmal besser hin klar ist es schwerer aber fühlt sich auch wohl jo den hättest du reinköpfen können ich habe übrigens ich habe den vorher in die Fresse ich weiß ich habe übrigens jetzt einen Trick wie die Flanken wieder ein wenig besser sind ja sag an äh drauf drücken einfach länger dann kommen sie ein bisschen besser das Problem liegt eher daran dass die Kopfbälle finde ich schwieriger sind also die Flanken kann man ja bin ich überhaupt der Meinung also es ist halt die Flanken sind trotzdem scheiße dadurch also sie sind nicht krass aber ich finde sie sind gar nicht so schlecht und die Kopfbälle machen das Ganze so ein bisschen zur schwierigen Sache siehst du die kommen ein bisschen besser so glaube ich habe ich irgendwie das Gefühl 0-0 zur Halbzeit man kennt es ähm zum Glück liegen wir nicht hinten haben viel mehr Ballbesitz aber es ist so man kommt nie durch es ist unmöglich irgendwie keine Ahnung wow mal annehmen versuchen irgendwie das wäre ja das wäre dieses Mal besser gewesen aber ich drück halt schon voll früh drauf und dann aber diesmal sind wir nicht so schlecht wie die äh noch schlechter wie die meine ich trotzdem nicht geil aber wir sind nicht so schlecht wie die ja irgendwie weißt was ich meine nice der ist auch so scheiße gelaufen meiner ich habe irgendwie äh alter komm den kriegst du jawoll wow was für herstliche Pässe wie ich manchmal raushau wir ich wie ich ja ja vor allem ich halt wir auch aber ich vor allem das war knapp ja weiß man nicht komm wir wechseln auch mal hier ne jetzt ist zu gut die sind alle zu gut wir wechseln doch nicht ich kann ich nix guck mal ich habe schon 8 abgefangen Pässe wow da kann er nichts Junge ich habe direkt auf weiterpassen gedrückt gut gerettet aber wir haben nicht mehr viel Zeit das ist die letzte chance komm 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 das ist die letzte die muss sitzen oh da wirst ihr nicht gerannt was soll ich denn machen aber wir haben es wenigstens probiert wenigstens 0-0 kann man wenigstens so sagen ein Punkt ja Leute das war es von dieser Folge ein bisschen kurios nächste Folge wird wieder 1 gegen 1 normal wie gesagt schaut bei Jan vorbei und eventuell kommt da ja auch eine Folge und ja haut rein bis dahin ciao ciao bis zum bis zum bis zum bis zum